Und gerade jetzt dann halt auch die Duo-Streams, das ist halt auch eine Sache, die halt mega Bock macht, weil da halt einfach jetzt mit einem Vollvogel wie Skui halt einfach Spaß haben kannst. Oh, lecker. Oh, Top Spawn bringt uns nicht viel. Minute late, ey. Guck mal, was ist denn bei dir los? Du musst hier... Ich hab mich nämlich mal gejump boostet, komm mal her. Tschüss. Stärke-Elite ist halt so... Nein, mein Lieber. Wieso bist du denn so schnell? 30%? Ich hab Meldonin drin, aber das ist halt... Meldonin gibt halt eigentlich nur 10 Level Stärke und 20 Level Ausdauer. Das Geile ist, ich wiege halt nichts mehr, ne? Das ist halt das Ding, ich kann nicht mehr Overweight werden. Mit Stärke-Elite sind deine Waffen, die du halt auf dem Rücken hast, die haben kein Gewicht mehr. Die zählen nicht mehr zum Maximalgewicht dazu. Das heißt, du schaffst es eigentlich nicht... Nicht mehr Overweight zu sein. Okay. Weil die einfach mal gute 20 Kilo automatisch fehlen. Ich geh Dachtreppe hoch. Hm. Zaunseite bist du, ne? Jaja, genau. Das ist halt Dachtreppe für mich. Ja, okay. Weißt du warum? Weil du da aufs Dach kommst. Ach, leck mich. Gehst du jetzt eher über Skybridge oder gehst du über Admin oder... Ich mach's immer so ein bisschen abhängig. Wenn ich was höre drüben, dann pushe ich gerne zuerst über Atmen. Ansonsten... Ähm... Boah. Geh ich auch gerne mal... Jo, im anderen Wohin geht's ab? Ja. Würde ich sagen... Ich mach jetzt einen ganz interessanten... Ich job mal eben kurz 3... Achso, Moment. Der ist 301. Der Dude. Soll ich über Skybridge pushen? Äh... Ich jobbe die Skybridge runter. Hi. Und ich renne rüber. Mhm. Der ist grad innen drin und eins drin. Der Fight müsste vorbei sein. War das deine? Ja. Tackert sich grade. Ich überrede, wenn ich das 1-1 habe, ja? Easy. Uh. Wer kennt ihr denn? Der hat ne 500 RPK. Ich widme die V6. Uh. Oh. Oh. Wo hast du denn da? Ich weiß es nicht. Muss mal eben kurz zurückziehen. Ich hab... Ich hab drei Bleeds. Hab ich ihn? Weiß ich nicht. Also da ist... Ich mein, da ist was gejobbt worden auf jeden Fall. Keine Ahnung. Entweder hab ich das ganze Magazin in die Pflanze geschossen. Oder hab einen gekillt. Fühl ich die Aussage. I like it. Hehe. Hehehe. Was sagt der Chat? Prognosen? Meinungen? Hat er ihn? Pflanze tot. Hast du das? Ja. Das hast du bei mir ganz komisch schon gehört. Ja, ich hab mit der Red Rebel ein Ding ins Weck gemacht. Ach so. Ein Stück Glas weggemacht. Ja, ich würd da glatt mal wieder gucken gehen, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich glaub, du hast ihn wirklich gedroppt. Ich glaub, dass du ihn gedroppt hast. Nade nach vorne. Ja. Ja, hast ihn gedroppt. Oh. Alter, sogar ein Juice Boy, man. Gönn dir. Ja. Digga, gibst das Spiel auch ins Schwert? Hahaha. Nicole. Okay, das ist... Also, für meine Verhältnisse ist das wirklich krass. Ich hab ihn auch einfach nicht gesehen, ne? Oh, Mann. Ja. Ich glaub, meine Grenade, guck mich schneller rennen kennen. Ich glaub, ne fuck, das wär so zählen. Äh... Ja, ich wär dann voll. Ja, dann. Ich renn nochmal eben kurz rüber und check, ob Rock offen ist. Hm. Annett, moin sinds. 50 Minus. 50 Minus. 50 Minus. Hast du jetzt nochmal 3 gekillt? Ach, lachen wir doch nicht. Alter. PMC Minus. PMC Minus. Hahaha. Digga, ich spiel jetzt nur noch morgens, alter. Hahaha. Kannst du mir doch nicht erzählen, ne? PMC Minus. Hahaha. Du bist doch grad selber überrascht. Ja, Mann. Hahaha. Wir sind alle so richtig Brainer auf K1 zu 1 reingerannt, alter. Hahaha. Oh, Mann, Alter. PMC Minus. Hahaha. Hahaha. Oh, Mann. Du kannst das bitte einer Clip und den Clip bitte PMC Minus nennen. Okay. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, hier, äh, gönn dir FastMT, äh... Ah, pff. Ich hab ein cleanes Brett hier gefressen. Weiß ich. Ich renne hier in West Wing, um zu gucken, ob hier ein Dingens offen ist. Wie heißt, ob Rock Passage noch offen ist? Nope. Dann muss ich erstmal drei PMCs hier töten, ey. Super. Ja, wenn das heute so bleibt, würde ich nix gegen sagen, nur. Joa, das kriegen wir hin, wa? Danke. Danke, Chris. Wisschen Geld machen, sagst du heute. Ey, ich check grad noch, äh, wie heißt... Keller ab, aber... Wenn du willst, kannst du noch Artman looten. Da wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Das ist aber auch selten, dass so viele Juice Boys jetzt unterwegs waren. Und... Joa, war lustig, ey. Also noch sind wir nicht raus, ne? Also da sind noch Exit Camper, denk dran. Easy. Mhm. Das sag ich's du jetzt, ey. Ich hab jetzt auch schon über 300 Raids hinter mir, ne? Es kam aber gerade mega delayed, ey. Normalerweise kommt das immer instant. Hast du mittlerweile eigentlich n... Dual Setup? Yes. Ich hab'n Dual Setup, aber leider noch nicht das, was ich gerne hätte. Okay. Bitte? I don't know. Der wird gerade... ...gebitbottet, aber irgendwie will der bitbottet. So ganz wie ich will. Oder... ...wie der Chat will. Danke für die 111 Bitties, Ryan, Mann. Ja, ich hab' das gesehen. Bei Hey Chris im Best of EFT German, Alter. Wo du wiederkommst und deine Mädchen... Boah, ich war halt after. ...so angepisst. Guck's, boah, ich konnte nicht mehr, ey. Boah, ich war so full tilt in dem Moment. Boah, das war so witzig. Ja, moin, Alter. Ich war so full tilt in dem Moment, ne. Es tat mir halt im Nachhinein auch noch richtig leid. Ich war halt so zickig. Ich hab halt noch nicht mal Danke gesagt so für die Bits, ne. Ich war so zickig in dem Moment. Erstmal direkt danach, äh, den Kalli angeschrieben. So, ey, oh, geht gar nicht von mir. Sorry, Mann. Also ich, Alter. Ich war so eine kleine Sieber in dem Moment. Im Team kann der Kompass nice sein. Ich denke, ja, ich denke auch. Allerdings nicht auf, äh, nicht auf Shoreline oder so. Weißt du, was ich meine? Weil du hast ja im Resort deine festen Calls. So außerhalb vom Resort. Okay, kann ich noch irgendwo verstehen. Das könnte interessant werden. Aber ich glaube, der Kompass wird unglaublich stark für Woods sein. Und danach wird der halt sehr stark abfallen, ne. Also ich denke mal für Woods wird das ein geile, geile, äh, geiles Teil sein. Und ja. Klingt als, äh, als wenn BuzzFalls den YouTube-Kanal von Nico nicht im Blick hat. Scheinbar. Boah ey Leute, mir ging das so scheiße an dem Abend, ne. Ich hab ja bis, keine Ahnung. Ich hab von, ja bis 19 Uhr an dem Tag gestreamt. Wir haben ja Among Us gestreamt. Wir haben ja bis 19 Uhr, also wir haben ja bis 16 Uhr Tag aufgestreamt. Bis 19 Uhr dann, äh, Among Us gestreamt. Hab dann mit dem Podcast bis 21 Uhr gegeben. Und um 22 Uhr 10 war das Video bereits live. Ich glaube ich hab echt Lack gesoffen an dem Tag. Also das war einer der anstrengendsten Tage, die ich seit langem hatte. Ich hab einfach nur ein paar Ähms und so halt rausgeschnitten. Deswegen die Jump Cuts. Und ich finde das sowieso, Jump Cuts finde ich immer in einem YouTube-Video immer angenehm. Ähm, ähm, äh, ähm, 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 äh, 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 ähhh. War zum Deutschmann der Erste mit dem 12-8-Bericht? Ehre. Ich war sogar schneller als der deins. Hehehehe. Müsste down sein. Würde ich jetzt zumindest hoffen, dass er down ist. schneller ist nicht immer besser so ist das so ich halte jetzt die schnauze jonas als öfter dass du schneller bist oder nicht wird meistens angefläht dass ich schneller machen sollen alles nicht was die ich war ich es ist es ist wohl ich hätte es auch mitnehmen können nur ich habe in dem moment selbst gehört und ich mag mein leben was soll wir können alles gucken da haben wir noch was ich kassier jetzt so ein brett auf dem weg zum exit ich merke es jetzt schon es wird ja nicht mal ein brett sein es wird direkt ein fertiges blockhaus sein da bin ich mir absolut sicher kneipe patrouille gönnt sich ein viewer lauter sehe ich gerade ja moin dann tun wir das auch gleich